Ich will der allerbeste Killer sein, wie keiner von mir war. Die denken einfach, die sind witzig. Drei Fangs, die einfach genau gleich aussehen. Alles klar. Ihr habt es so gewollt. Können wir ein bisschen machen, dann bekomme ich ja noch Bier. Jawoll. Hier, ich bekomme Blutrausch. Ich bin halt einfach ein M1-Killer. Das ist nicht so oft so praktisch. Dich boxe ich jetzt um. Ist mir egal. Umgeboxt ist wichtig. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf. Ich habe nur ein Chase-Perk-Bild. Ich habe gar nicht auf mein Perk-Bild geachtet. Das heißt, ich muss jetzt einfach rasieren. So, die Nähe ist die einzige, die nicht aussieht wie eine Fang. Mit gleichen Sachen. Okay, da hinten. Wer zeigt dich doch? Okay, ich weiß nicht, wo du bist. Ah, du bist hier drin? Nee, hä? Och man. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Da hinten, alles klar. Die wird jetzt gerettet? Ja, dann muss ich in dem Fall dort wieder hin. So. Auf die fänge ich jetzt. Mit Diabolik 3. Ah, wichtig. Okay, dann halt ohne Diabolik 3. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Die will so Mindgame. Ich sehe aber nichts mehr. Oh, die hat auch noch Flink dabei. Ja, die brauchen nur noch zwei Jents. Ich habe es verstanden. Ich weiß, dass du Flink hast. Der Keller ist zufälligerweise nicht hier, oder? Nö. Oh Gott, was mache ich? Ich bin ja ein richtiger Schwingerino. Schwinging. Wo bist du? Bist du reingelaufen? Bist du weggerannt? Die machen jetzt die letzten Gents fertig. Ich muss, ich muss zurück. Ich muss wirklich zurück. Ich muss jetzt meine Gents verteidigen. Die haben einen Tree-Gen. Oh, oh. Dich bringe ich auch sofort in den Keller. Hallo. Ah, hier. Jetzt mal Real Talk. Ich spiele sehr, sehr selten gegen Meyers. Leute haben halt aufgehört, den zu spielen. Er ist halt dieser klassische M1-Killer. So. Ich habe jetzt drei Hoax. Glückwunsch. Ich würde sagen, welche Gents verteidige ich? Ich verteidige mal diese drei hier. Genau diese drei möchte ich verteidigen. Ah, die sind halt so blöd in einer Reihe. Trauen sich nicht zu retten. Ah, trauen sich doch zu retten. Okay. Wichtig. Kein Plan, welcher Fang das war. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fürstdruck ist. Ist mir aber jetzt auch egal. Nee. Das heißt, auf Parkhaus muss ich gleich noch weitergehen. Oh, dieses Feld. Da geht jemand retten. Wieso? Bist du so krass? Ach, die hat ja flink. Ich weiß, wo ich jetzt hingehe. Zu dem Jen. Die Nähe ist nämlich dort. Hallöchen. Ganz genau, du. Bedettered ist hier nichts. Oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Die haben den Jen fertig gemacht. Du wirst sterben. Ich muss meinen Perk nutzen. Ganz genau. So. Und nicht anders. Ah. Die eine ist dort hinten. Aber ich bring dich jetzt auch in den Keller. So oder so. Das sind hier drei Jens nebeneinander. Bild. Die hat Ausbruch. Die hat Ausbruch. Die war nämlich schnell. Hä? Was? Das ist so unfair. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ich habe sie verloren. Ich strenge mich gerade echt an. Bin ich ganz ehrlich. Ah, du bist hier. Oh, bitte. Dich hatte ich noch gar nicht. Am besten gehe ich auch nicht auf dich. So. Oh. Das ist dumm, wie ich meint, Gamer. Ah. Was? Warte mal, du bist der Fuck. Du bist der Fuck. Das weiß ich. Dann gehe ich halt auf dich. Ist egal. Ist mir egal. Mein Ziel ist es, wenigstens zwei von denen zu bekommen. Das wäre schön. So. Heißt nur noch eine Person. Wenn es geht. Oh. Das war jetzt dumm. Hast du Eisener Wille dabei? Oder wieso habe ich dich nicht so gehört? Die sitzen dort. Okay. Okay. Der Jen ist jetzt auch fertig. Ist egal. Ich muss auch Farho ausgehen. Ich kann leider ja nicht Fang sagen, weil es sind halt drei. Das wäre doch so stark, wenn ich noch jemanden bekommen würde. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht zuversichtlich. Aber ich streng mich an. Oh nein. Aber du bist, du bist, du bist glaube ich die erste Person. Ach. Du bist ja flink. Ich heule gleich. Wirklich. Da da. Ah. Da ist auch eine Palette. Okay. Scheiße. Okay. Ich mache es anders. Ich mache es anders. Ah. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Ich habe es nicht hinbekommen. Ah. Verdammt. Ich bin ehrlich. Das war eine schwere Runde für mich. Als Meyers gegen vier Fangs. Also meine Damen und Herren. War eine etwas schwierige Runde für mich. Aber was soll man machen? Wir sehen uns. Ciao. 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 Ciao.